hallo meine lieben schüler heute ist sonntag der 9 mai 2020 und heute ist muttertag ich hoffe ihr habt nicht vergessen wenn nicht jetzt ist noch eine chance denn heute lernen wir komponieren das heißt in ein paar minuten seid ihr in der lage für eure mama ein eigenes lied zu erfinden zu komponieren wie geht das ganz einfach wir brauchen dazu wie so oft vier akkorde ich glaube das kennt ihr mittlerweile alle die berühmten vorkord songs die vier akkordlieder und die finden wir wie immer auf der tonleiter wir nehmen mal die c-dur tonleiter und zwar akkord nummer eins auf der ersten stufe c-dur akkord nummer zwei auf der fünften stufe g-dur akkord nummer drei auf der sechsten stufe amol und der letzte der vierte auf der vierten stufe kann uns gut merken f-dur g-dur amol f-dur das ist eine ziemliche springerei deswegen lasst es uns so machen von c-dur aus gehen wir nicht nach oben zu den akkorden sondern nach unten also c-dur g-dur amol f-dur ok so das klingt dann so vielleicht kommt es euch schon irgendwie bekannt vor es gibt unheimlich viele lieder die mit diesen vier akkorden komponiert wurden ich würde euch mal ein paar zeigen und zwar zum beispiel dieses da und so weiter oder das da das geht ganz schön hoch merke ich gerade ist zu hoch für mich aber auch dafür gibt es eine lösung wir schieben einfach das ganze akkord paket bisschen tiefer ich gehe jetzt mal von c zwei tasten drei tasten runde auf g dann habe ich nämlich die dur die dur e-moll c-dur gefällt mir viel besser okay las mal überlegen wenn i find myself in times of trouble mother mary comes to me speaking words of wisdom let it be no woman no cry no woman no cry no woman no cry country roads take me home to the place i belong i'm just a small town boy i'm just a small town boy living in a lonely world living in a lonely world out of the midnight train going anywhere with or without you with or without you i cant believe with or without you And can you feel the love tonight? Oh, I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. Ja, das sind ein paar Beispiele von ganz, ganz vielen, die mit diesen vier Akkorden komponiert wurden. So, okay, jetzt sollt ihr komponieren. Jetzt könnte ich sagen, leg einfach los. Aber ich habe mir auch was überlegt. Genau, ich habe mir überlegt, wenn ich sage, ihr sollt komponieren, muss ich ja auch was machen. Also habe ich mir überlegt, ich komponiere ein Muttertagslied. Ja, und spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, eure Mama zu holen. Denn ich habe ein Intro gemacht, das gehört ja zum Lied. Gut, Intro. Also, mein Intro könnte ungefähr so klingen. Ich spiele es irgendwie jedes Mal anders. Wie habe ich den gespielt? So ungefähr könnte mein Intro sein. Dann braucht man für ein Lied eine Strophe. Da habe ich unsere vier Akkorde genommen. In meiner Lieblingstonart G-Dur. Da habe ich mir eine Strophe überlegt. Muttertagslied habe ich mir gedacht. Okay, Corona-Zeiten. Was könnte man da machen? Ist mir was eingefallen? Zum Beispiel sowas. Das wäre eine meiner Strophen. Ich habe zwei gemacht. Und dann braucht man einen Refrain. Einen Refrain habe ich mir auch überlegt. Mein Refrain geht so. Auch die gleichen vier Akkorde. Und ich sage, Mami, ich weiß, es ist alles nicht so leicht. Nicht für dich, nicht für mich, für uns alle. Mami, du bist groß. Mami, du bist stark. Mami, du bist immer für mich da. Mein Refrain. Und Songs haben oft noch ein Element. Eine sogenannte Bridge. Ein Zwischenstück. Habe ich mir auch überlegt. So, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich noch weiß, wie meine Bridge ging. Lasst mich mal überlegen. Ja, da habe ich nur zwei Akkorde genommen von den Vieren. Und zwar D-Dur und G-Dur. Meine Bridge geht so. Für die allerbeste Kindheit und für die Unbeschwertheit, für die Freude und die Freiheit, für deine Zuversicht und deinen Trost. Jetzt passt auf, warum ihr Tonleitern geübt habt. Und dann kommt der Refrain. Mami, du bist groß. Und so weiter. Ja, das war meine Bridge. Und ein Lied braucht auch ein Ende. Mein Ende geht dann so. Also. Und dann. Für mich da. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, meine lieben Schüler, ich gehe für euch zu meinem Freund Heiko ins Tonstudio und nehme den Song mal richtig auf und mache ein Video dazu, denn das könnt ihr auch. Das könnt ihr auch, wenn ihr Lust habt. Und jetzt freut euch auf mein Video. Hände waschen, Abstand halten, jeden Tag mein Lieblingsessen. Und manchmal denke ich, ich möchte das nicht. Und abends, wenn ich traurig bin, machst du mir wieder Mut. Und du flüsterst mir zu mein Kind, es wird alles wieder gut. Und ich sag, Mami, ich weiß, es ist alles nicht so leicht. Nicht für dich, nicht für mich, für uns alle. Mami, du bist groß, Mami, du bist stark, Mami, du bist immer für mich da. Oma und Opa darf ich plötzlich nicht mehr sehen, doch jeden Tag vermisse ich sie. Nein, ich möchte das nicht. Ich weiß, du hast viel Stress und Sorgen, Homeoffice und die Angst vor morgen. Und trotzdem hast du viel Geduld und Zuversicht. Und abends, wenn ich traurig bin, machst du mir wieder Mut. Du flüsterst mir zu mein Kind, es wird alles wieder gut. Und ich sag, Mami, ich weiß, es ist alles nicht so leicht. Nicht für dich, nicht für mich, für uns alle. Mami, du bist groß, Mami, du bist stark, Mami, du bist immer für mich da. Für die allerbeste Kindheit und für die Unbeschwertheit, Für die Liebe und die Freiheit, für deine Zuversicht und deinen Trost. Und ich sag, Mami, ich weiß, es ist alles nicht so leicht. Nicht für dich, nicht für mich, für uns alle. Mami, du bist groß, Mami, du bist stark. Mami, du bist immer für mich, Mami, du bist immer für mich da. Und ich sag, Mami, ich weiß, es ist alles nicht so leicht. Nicht für dich, nicht für mich, für uns alle. Mami, du bist groß, Mami, du bist stark. Mami, du bist immer für mich da. Fühl mich da. So, das war mein Dankeschön an alle Mami und alle Mütter und alle Mamas, die die letzten acht Wochen mit euch Homeschooling gemacht haben und Online-Musikunterricht, die die Kameras gehalten haben und alles Mögliche gemacht haben, damit alles gut funktioniert. Vielen, vielen Dank. So, und wenn ihr es gerne nochmal gucken wollt, klickt einfach hier neben drauf, hier ungefähr, und dann könnt ihr es nochmal gucken. Tschüss. Tschüss. Tschüss.